Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Never Alone. Wir haben es endlich geschafft von diesen bösen Blüten. Polar-Lichter heißen die so. So entkommen. So let's geteckt. So, so. So. So, so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen. Amen! Okay. 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 L-Shift halten. L-Shift halten. L-Shift halten. L-Shift halten. L-Shift halten. Was machen wir? Oh, das, okay. Oh, das, okay. Oh, das, okay. Das muss ich mit STRG L machen. Äh, mit SHIFT L. Weil bis darüber kann ich, ah, mit dem Wind kann ich springen, okay. Oh, ich muss erst denken. Okay. 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 Hm. Ah, da oben. Muss ich überhaupt hin oder bin ich nicht eben runtergekommen? Das weiß ich nicht, aber... Ich glaube, ja. Ich glaube, wir gehen falsch rum. Oh, ich bin runtergefallen. Upsi. Moment, wir machen das doch nochmal. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt falsch gegangen. Ah, nee, doch. Wie komm ich da hoch? Ah, ja, okay, so komm ich da hoch. Nein! Ja, das denke ich mir auch. Einfach verstecken im Pulli. Oh Mann, war das dumm. Oh Mann, war das dumm. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. 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 Kommt der denn her? Aber okay, nehm ich. So, ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.